Warum habe ich jetzt hier dieses rote Pünktchen? P-p-p-p-pünktchen? Hm. Oh, hey. Ähm, noch mal zurück zu der Privataudienz. Ist die hübsch? Oh, Mann, oh, Mann. Ähm, na denn hier, eine Weberei. Wunderschönen. Er hat einen Baumstumpf geschnitzt. Oh, mein Gott, wie hast du das getan? Oh, einen Baumstumpf. Leute, Leute, er hat einen Baumstumpf geschnitzt. Was ist das? Da fehlt eine bestimmte Figur obendrauf, oder? Irgendwas, was irgendwie da Sinn macht. Hier, den Zettel lese ich jetzt nicht vor. Wie hast du das geschafft? Was denn? Wie solltest du entkommen? Bist du an Nägeln und Zähnen rausgeklettert? Bist du halb Affe, halb Spinne, oder was? Kommt das jetzt bei dir besser, wenn ich einfach Ja sage? Ich bin doch alle irre. Ich bin halb Affe. Was ist denn das für Quatsch? Du wirst bereits unten erwartet. AJ, danke für die Vereinigung mit dem Goldenen Pfad im Süden. Sag Amita und Sabal, dass wir bereit sind. Sie haben Ziele ausgehend. Hacker. Nein, meine Familie. Oh, das gefällt mir. Ist das mal ein Boden? Und seht euch an. Ein reizendes Paar. Passt zu einem Haus. Das Salz der Erde. Warum macht er die Tür wieder? Wenn du die herzliche Gastfreundschaft von Utkarsch kennenlernen möchtest, dann geh und besuche die Hanas. Oh, wir haben jeden gefragt, ja? Und alle haben genau dasselbe gesagt. Das sind die Freundlichsten. Sie reden mit Jedermann. Mit Jedermann? Fragte ich. Mit Jedermann, sagten sie. Hm. Und sie waren so empathisch, dass ich es einfach mit eigenem Augen sehen musste. Hm. Niedlich. Wisst ihr, ich, äh... Wollte euch warnen. Warnen? Genau. Nun, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist mir nicht entgangen, dass, äh, es hier auch ein paar sehr verrufene Menschen geben sollen. Und ich bin besorgt, dass diese Menschen, diese Terroristen, nun, sie könnten eure Gastfreundschaft ausnutzen. Und auch im wunderbaren Ruf ruinieren. Und wir wollen ja nicht, dass das geschieht, oder? Nein, Herr. Nein. Und erlaubt ihr mir, euch zu beschützen? Euren guten Ruf zu bewahren? Bitte. Ja, König Mien. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich bin so froh, dass wir uns einig sind. Gut. Ich will euch nicht länger aufhalten. Das dauert nur einen Moment. Wer sagt denn, ich hätte den Kontakt zum Volk verloren? Nein. Zu gefährlich. Ich hole mir Pagan. Okay. Ramita, ich hab Pagan. Ich bin ihm auf den Fersen. AJ, du kannst es jetzt beenden. Ich weiß. Ja. Pagan. Pagan darf sich nicht zu weit zu dir entfernen. Okay. Ich könnte den doch jetzt eigentlich einfach abschießen, oder? Weil das ist vorbei. Okay. 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 Ich hab Pagan Min getötet. Ich bin gerade etwas, ähm... Ich bin gerade etwas irritiert. Ich bin gerade echt irritiert. Oder hab ich jetzt den Pagan Min gekillt? Hallo, AJ. Hast du mich vermisst? Oh, warte. Ja, hast du. Pagan? Ich hab dich getötet. Nein, du hast deinen perfekten Doppelgänger mit Haarausfall ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie teuer sowas ist? Er war nicht mal Asiato, um Gottes Willen. Ich glaube, er kam aus Melbourne. Sein einziges Verbrechen war um die fantastischen Wangenknochen. Was ein Bild, glaubst du, ist auf den Geldscheinen? Na, ist doch egal. Geschehen ist geschehen. Ich schätze, nächstes Mal gibt es nur noch dich und mich. Doppelgänger. Das wollen wir jetzt aber auch ein bisschen gucken. Kann ich denn hier nicht unten rein? Das gibt's doch gar nicht. Ich soll... Ja, das ist aber super. Das ist so ganz kurz vorm Schluss so, dass da jemand... Ich kann hier keine Dialoge laut. Master-Lautstärke. Und die ist volle Lautstärke. Das ist alles volle Lautstärke, Leute. Ich kann nichts lauter stellen. Es tut mir leid. Geht nicht. Ich komm hier an die scheiß Kiste ran. Das ist doch gar nicht. Mach jetzt auf hier. Hä? Muss du explodieren die da? Ach, guck mal, guck mal, Buggy. So, dann machen wir es zum Haar. Hö, 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 hö. Nee, wir machen es mal hier hin. Dann haben wir auch gleich das noch. Ich könnte da eigentlich wissen, was ist denn jetzt hier vorne? Oh, hier ist es vorne. Oh, hier ist es vorne. Alter. Ich komm. Mit zwei Granaten, die scheiß Fahrzeuge. Nein, 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 nein. Eins, nein, 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 nein. Meins? Ja, ja. Wie sieht es denn hier aus? So, äh ... ein paar kistchen drin hat es schön die kiste schon wieder ich soll denn da runter kommen die ist da gar Ja, da, wollen wir mal gucken. Was ist krass hier in dem Spiel? Irgendwie ist ja in dem Spiel hier der Ton... Äh, der Ton. Ich habe wieder den Chat gelesen. Irgendwie ist ja in dem Spiel... Äh, komm jetzt gerade die Mission zu mir anstatt... ...dass ich diesen hinterherrennen muss. Äh, da gehst du leider. Ja. Was zum Geier! Da war gerade ein Händler. Der hat den Händler ausschossen. Äh. Alter, ich rede in der Scheiße. Der hat den Händler kaputt gemacht. Der hat das Wildschweigen. So. Okay, hier drinnen können wir mal hoch. Ich muss aber hier so... Anni... ...dö... ...da... 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 Das war pure Absicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kiste hier draußen ist. So, nochmal. Nochmal. Geh doch mal nach hoch jetzt. Danke. So, wo war das hier? Hoch da. So. Okay. So, nochmal was anderes. Hui. Ja. Ja, super. Ach, Mann. Das ist wieder von Scheiß hier. Geht doch mal da hoch. So, holen wir das hier hoch. So, da war das hier hoch. Das ist da für ein Licht. So. Ah, da war es, die Kiste. Habt ihr sie gesehen. Rotz! Du. Das ist die Idee. Das hier, das hier, das hier, das hier. Das hier, das hier, das hier. So. Da ist ja immer noch eine Kiste. Wie kann denn da noch eine Kiste sein? Lassen wir mal den Scheiß aus hier. Königsgewölbe. Einmal. Okay, also hier soll jetzt irgendwo noch die Kiste sein. Oder geht das noch eins höher? Das kann ja auch gar nicht mal, ist ja gar nicht mal so weit hergeholt, ne? Dass es vielleicht ja noch eins höher gehen könnte, ne? Geld? Money, money! Wo ist hier noch eine Kiste? Hier? Das ist das Scheiß-Wildschwein. Wo soll denn die Kiste sein? Muss mich hier verarschen. Die habe ich schon geholt. Regal. Egal. Wir werden jetzt... Ja, was haben wir jetzt wieder freigeschalten? Das bisschen hier oben. Dahin wollte ich. Dahin. Boah. Ich kann hier schnell reißen. Doch, ja. So. Dann mal gucken, was da jetzt los ist. Bei dem Hörg. Beim Hörg. Das sind aber lustige Missionen. Können wir vielleicht noch wieder ein bisschen lachen. So, hier haben wir... Ja, ja, ja. Sudelek kaufen. Freigeschaltet. Magnum. Ja, wie immer werden wir uns die kaufen. Aber... Wir wollen natürlich hier die Waffen lassen. Aber ich möchte jetzt natürlich noch schnell ein Visier drauf kaufen. Möchte ich ein Visier drauf kaufen. Ja, Gold. So, als Seidenwaffe möchte ich aber trotzdem weiterhin... ...diese haben. Einfach nur, um sie zu haben, habe ich jetzt diese Waffe gekauft. So, Waffen. Die Victor, das ist doch die Schredder bloß. Das ist doch die Schredder bloß normal, oder? Die hier. Ja. Dann haben wir da. Schalter einfach. Aber man kann bloß das Schalter drauf machen. Und aber das Magazin. Und eine schöne Farbe drauf klatschen. Und da haben wir noch eine Waffe, die Spas... ...ein Visier auf einen Schrotflint ist irgendwie eigenartig, oder? Was willst du denn... Was willst du denn damit? Und da haben wir noch eine Waffe, die Spas... Das ist doch... Was ist das? Das ist doch ein Raketenwerfer, oder? Oder ein Granat. Und was ist das? Hey, das ist ein... Ach, ein chinesischer halbautomatischer Granatwerfer. Hm. Das klingt doch lecker. Ein halbautomatischer... ...ein halbautomatischer Granatwerfer. Hm. Gut. Ja, komm. So, mehr haben wir jetzt hier nicht. Einzigartiges haben wir auch nicht. Ich möchte nämlich meinen Schredder wieder haben. So. Munition, Quatsch, Karten, Quatsch. Halt. Munition voll. Na, das ist doch toll. So.